Herr Dompropst, Sie haben einen neuen Bischof. Herzlichen Glückwunsch, Helmut Dieser. Sie haben eine Dreierliste gehabt, aus der Sie gewählt haben. Warum haben Sie Helmut Dieser ausgewählt? Wir hatten den Eindruck, dass er zu unserem Bistum gut passt. Einmal, weil er stark in den synodalen Prozess des Bistums Trier eingebunden ist und wir hier im Bistum ja auch sehr starke synodale Elemente haben. Zum Zweiten ist er zuständig für den Teil Trier als Regionalbischof und für die Südeifel. Und wir haben ja hier angrenzend die Nordeifel und die Kleinteiligkeit im Bistum, aber gleichzeitig auch drei Großstädte, ähnlich wie das Bistum Trier mit Koblenz, mit Trier und mit Saarbrücken. Von daher gesehen, glaube ich, stimmen die Strukturen sehr gut überein. Und wir haben mit Trier eigentlich traditionell immer sehr gute Beziehungen, und nicht zuletzt auch über die Matthias-Wallfahrten aus dem Bistum Aachen und natürlich auch über die Heiligrock-Wallfahrt und bei uns über die Heiligtumsfahrt. Was zeichnet denn das Wirken von Helmut Dieser in der Kirche bisher aus? Er ist Pfarrer gewesen. Ich finde das ganz wichtig, diese Verbundenheit mit der Gemeinde. Und ich verhehle nicht, dass ich Kontakte nach Adenauer schon längst vorher hatte, als er dort Pastor gewesen ist und die Menschen sehr positiv von ihm gesprochen haben. Und das hat mich bewegt, auch diese Information in die Entscheidung mit hineinzunehmen und es auch ins Kapitel hineinzutragen. Was sind jetzt die wichtigsten Aufgaben, die er in Aachen angehen muss? Zunächst einmal muss er hier Fuß fassen, er muss Menschen kennenlernen, er muss die Priester kennenlernen, die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da habe ich aber keine Sorge. Er ist, glaube ich, ein sehr kontaktfreudiger Mensch und wird gerne darauf zugehen. Er muss sich auch die Zeit lassen, das Bistum in seinen Strukturen kennenzulernen und kann hier sicherlich uns auch nochmal gute Ratschläge aus seiner Erfahrung im Bistum Trier mitbringen. Jetzt haben Sie ja gesagt, es gab schon eine persönliche Begegnung mit ihm. Was haben Sie für einen Eindruck von dem neuen Bischof? Es war zunächst einmal sehr menschlich. Er hatte uns zu einem Frühstück eingeladen, das hatte er vorbereitet. Wir waren schon sehr früh hier in Aachen aufgebrochen. Herr Dr. Frick und ich. Und von daher gesehen war die Atmosphäre sofort sehr menschlich, auch sehr persönlich. Und wir waren direkt mitten im Gespräch. Und wenn Sie ihm jetzt ganz persönlich auch was mit auf den Weg geben wollten, was wäre das? Die Kontinuität im Bistum zu wahren der letzten Bischöfe. Ich spreche bewusst auch Bischof Johannes Pultschneider, Bischof Klaus Hemmerle, Bischof Heinrich Mussinghoff an. Ich bin auch überzeugt, dass diese Linie in gutem Sinne weitergeht mit ganz eigenen Akzenten, gerade auch in Bezug auf die Ökumene. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für's Zuschauen. 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 Vielen Dank.